Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mama, hör auf, bitte, bitte. Ah, ihr seid feinlich. Okay, also ich habe es mir selbst ausgesucht. Ich bin in einer Woche bei einem Festival in Kroatien bei Modem und dort bin ich im SciCare-Team und das habe ich jetzt als Anlass genommen, davor noch ein kleines Video zu machen, um zu erklären, was SciCare eigentlich ist und was wir so machen und was das für einen Nutzen hat. Also schön, dass ihr da seid und los geht's. SciCare, was ist das eigentlich? SciCare setzt sich zusammen als Psychological oder auch Psychedelic Care und es ist ein Harm Reduction Angebot, also ein Angebot zur Schadensminimierung bei Festivals. Da arbeiten wir einmal präventiv mit Informationen und Aufklärung und auch Materialien, um den Konsum sicherer zu gestalten, indem wir zum Beispiel Zielröhrchen verteilen. Auf der anderen Seite arbeiten wir aber auch vor allem mit akuten Fällen. Das ist eigentlich der Hauptbereich und da geht es um Leute, denen es beim Festival nicht gut geht. Das ist auch eine Ergänzung zu anderen Angeboten, zum Beispiel zu Drug-Checking-Teams. Das SciCare-Team ist da für Fälle, wenn es Leuten schlecht geht, wenn sie auf Badtrips sind, wenn sie Schlafentzug haben oder Dinge kombinieren, die man nicht kombinieren sollte. Die Gefühlszustände, mit denen Leute ins Zelt kommen, variieren von Angst, Verwirrtheit, Unwohlsein bis hin zu Psychosen. Das ist also sehr ernst zu nehmen und Menschen in solchen Zuständen, die brauchen keine medizinische Versorgung, sondern eine psychologische, emotionale, menschliche. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, ihr seid voll auf LSD, auf einem voll schlechten Trip für euch und dann schickt euch noch jemand ins Krankenhaus oder das will keiner. Die Erfahrung der letzten Jahre, die zeigt auch, dass Menschen in diesen Zuständen eben einfach nur einen ruhigen Ort brauchen, einen Menschen, der ihnen zuhört, ein bisschen Körperkontakt vielleicht, einfach gute Leute um einen herum. Die beste Hilfe, die ist natürlich die, die gar nicht erst gebraucht wird. Das heißt also, wenn ihr auf Festivals geht, versucht einfach selbst bestmöglich dafür zu sorgen, dass ihr in keine allzu schlechte Situation kommt. Also seid natürlich informiert über das, was ihr nehmt. Seid euch möglichst sicher über das, was ihr nehmt. Konsumiert nicht zu viel, nicht zu oft hintereinander. Achtet auf ausreichend Schlaf und Essen und unterschätzt auch solche Faktoren wie Hitze, Staub, was auch immer. Unterschätzt das nicht. Außerdem ist natürlich wichtig, dass ihr nicht nur auf euch selbst, sondern auch auf die Leute um euch herum achtet und dass, wenn es solche Angebote gibt wie Psychcare, dass ihr die auch in Anspruch nehmt, wenn es euch schlecht geht, dass ihr einfach mal vorbeikommt, mit uns quatscht und informiert bleibt. Meine eigene Erfahrung dazu, ich war bisher nur auf einem Festival vor zwei Jahren. Da wurde Psychcare Austria auch gegründet in dem Jahr. Letztes Jahr ist natürlich nicht viel passiert und ich habe es geliebt. Es war ein super kleines Festival, wo das Angebot nicht so dringend notwendig war. Ich hatte in den Schichten, die ich übernommen habe, eigentlich gar keine schlimmen Erfahrungen. Bei dem Festival, wo ich jetzt hinfahre, das wird eine Woche lang dauern, da gehe ich schon davon aus, dass es ein bisschen anspruchsvoller wird. Da werden wir aber auch größere Teams haben. Es sind immer erfahrene Leute auch mit dabei und im Endeffekt die Erfahrung vor zwei Jahren, die hat mir gezeigt, dass ich in nächster Zeit eigentlich gar kein Interesse habe, einfach so auf ein Festival zu fahren, weil ich es sehr genieße, im Team zu sein, von Leuten, die eigentlich alle rundum cool sind und eben dieses Thema bewussten Konsum in den Vordergrund rücken und einfach Spaß dabei haben, irgendwie zu helfen. Und außerdem kommt man natürlich kostenlos auf Festivals, was super schön ist. Und man kommt auch zu Festivals, auf die man vielleicht alleine gar nicht so kommen würde. Und außerdem ist es natürlich für jemand, der Psychologie studiert, auch super interessant, einfach Menschen in solchen sehr außergewöhnlichen Zuständen zu sehen und betreuen zu können und auch zu gucken, wie man da bestmöglich darauf reagiert. Was ich euch mitgeben will, passt aufeinander auf, falls euch das alles interessiert, informiert euch, wie ihr mitmachen könnt. Und ja, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Sommer und wir sehen uns bald. Tschüss!